Seid King Iraki. Wir haben auf jeden Fall ein Selbstmordattentäter bei uns, das ist schon mal gut. Und schon einen Goldrang hat, nachdem die Season gerade vier Tage begonnen hat. Wenn ihr euch erinnert, wir haben gestern auch im Ranked gegen einen Damage-Spieler gespielt. Das sind alles Bots und Hacks. Ich habe gehört, wir wollten den komischen Typen da raus, der Kapital spielt. Den Standort des Bio-Gefahrgut-Gehälters finden. Hier, da, Erdgeschoss, Schlafsaal, irgendwas. Vollkommen inkompetent. Ich glaube, Mute hat noch nicht gereilt, dass ich ihn die ganze Zeit von draußen markiere. Der versucht weiter innen drin alles zu muten. Hauptsache, ich täusche so einen Sprung an und Pals guckt hinter sich. Ich glaube, wir haben nicht so die allerhellsten Birnen im Gegner-Team. Hier ist doch irgendwo so eine komische Wand-Nische da. Weiter zum Bio-Gefahrgut-Behälter und diese... Ah, hier die Patch, okay. Die Kämme ist kaputt. Ja, hallo. Wer möchte dann die Träniere-Wasten? Ich meine, ich möchte sich den Kill von Mimini rein holen. Ja. Die Eingangstürz ist schon einmal eingeschlagen worden. Also... Oh, hier ist nur Pals und Cabrera. Aber ja, okay. Ich gehe jetzt woanders hin, weil ich sonst irgendwie gleich wieder ein Teammitglied wahrscheinlich anschießen. Hier, Rook hat eigentlich hart fressen müssen. Aber der Dach hat sich so YOLO. Denk sich so HASHTAGDONKEER. Das war ja noch. Hallo, war ja noch. Ja. Ja, genau. Die trifft ihr mich. Habe ich gar so einen Scheiß? Ups. 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 Alter, Skravera. Blöder Hurensohn. Kommst du klar? Hat sie ein Nitro-Andy? Oh nein, aber Kontakt nie. Jaaaaaah! Jaaaaah! Ich konnte sie komplizieren! Jaa, ich hab sie nicht mehr übertroffen. achten was auf ich habe nur punkte ja die aktualisieren das nur noch nach den runden ich will eigentlich der wettbewerb zu entstiegen oder was geht das werden und aber noch wer ein gegner verbleibt da war ein trendy ok selbst erlebt ist peils hat der schrote ich glaube ja kann ich habe nicht gesehen das ist das dumme ist er wird wissen woher ich komme der typ aber auch ziemlich dumm muss ich sagen ja ein wenig aber ich habe den gehört und dann ist sich links und die leiche die hat er noch mal verdient nur kälte schon dreimal sterben müssen die leiche hat verdient gehabt freut mich nämlich blut ich habe voll bock auf pizza ich habe echt gerade mega bock auf sonne richtig gute pizza vom italiener aber kein jünger das ist das problem den raum sicher wir müssen den bio gefahrgut behälter schützen müssen ich habe nur gewusst aber trotzdem bin ich brauche sie jetzt bald mal auf die wunderschöne deckte die wurde noch nicht entdeckt weil ich vielleicht kann ich die hier sonst abfangen da kann ich auch nichts für zu sagen wir haben wir nicht so viele verstärkungen ich habe meine gesetz die karriere einen in unserem jut ich konnte wenigstens alle gegner scannen äh oh hier die die Ich höre hier wen. Er ist tot. Brauchst du Hilfe? Er ist tot, ja. Jetzt nicht mehr geblieben. Ich bin in der Nähe und gerade habe ich hier einen gesehen. Der stirbt. Hast du dich gekillt? Nein. Ein Gegner verraten. Tja, mein Glück. Es war aber close. Kameras? Bewegt dich mal nicht, ich glaube, ich höre was. Er ist also schon im Gebäude. Gut, Julian. Danke für die Makierung. Naja, er wollte füßen. Hast du Glück gehabt, dass er nach links gelaufen ist? Naja, er konnte nicht laufen, er hat ja ein Viewsling gelegt. Ja, und dann ist er nach links noch mal egal. Naja. Ach, ich bin ruhig schlecht. Gibt's? 200 200 300 100 800 10 500